Und komm nicht an den Schalter ran. Was? So. Gange. Übersehe ich was? Aktiviert sich das Ding von selber oder wie? Irgendwie... Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich das Ding von selber wieder aktiviert. Ja. Was kann ich denn sonst hier unten noch anstellen? Das ist die gute Frage. Ich würde nämlich eigentlich gerne an diesen Schalter rankommen, aber ich weiß nicht wie. Der ist nämlich hier von der Treppe... ...hier rüber. Und ansonsten kann ich jetzt nirgendwo an einen wichtigen Ort mehr hinfallen. Oder warten wir jetzt einfach mal kurz. Und jetzt... ...dass ich jetzt... ...dass ich jetzt... ...dass ich jetzt... Okay, da schaltet auf jeden Fall die Porta ab. So viel habe ich jetzt gelernt. Und das scheint sie dauerhaft abzuschalten. ...oder auch nicht. Oder auch nicht. Scheint doch getimed zu sein. Das ist wahrscheinlich wieder ein... Ich darf mich nicht drehen. Ich darf mich nicht drehen. Ich darf mich nicht drehen. Und ich inkompetent bin. Geht es eigentlich über die Grube wirklich schneller? Nein, weil die bringt mich da hin. Die Grube ist ne Falle. Okay. Okay. Ah, Mist. Sollte natürlich auch richtig laufen. Doppelt Mist. Also wirklich. Und ich übersehe hier was ganz Grundlegendes. Ja, wie zum Beispiel, dass ich irgendwo wegteleportiert werde. Aber dieser Schalter ist der einzige, den ich noch nicht betätigt habe. Und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt doch nicht, wo ich weiter suchen könnte. Naja, das ist deaktiviert. Das ist okay soweit. Okay. Okay. Die sind nicht unbedingt nützlich. Aber sonst ist ja nichts aufgegangen. Das bin ich übrigens hier in dem Gang. Das hat mir jetzt auch viel gebracht. die Treppe hoch. Achso. Achso. Wohin führt das eigentlich? Wohin führt das eigentlich? Hier hin. Ah ja, und die Teleporter sind übrigens jetzt wieder aktiv. Ne, ich habe immer noch das Gefühl, dass es zeitlich bedingt ist. Und wisst ihr was, bevor ich jetzt hier in die Falle renne? Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Ja. Es ist Zeit. Das ist das, was das Problem dran ist. Ich komme nämlich von unten herum nicht schnell genug hin. Und ich habe auch keinen Zauber, der mich schneller macht. Das heißt, ich muss wirklich ziemlich gut timen, jetzt ziemlich schnell sein. Warum auch immer ich mich so hindrehe. Ich glaube, ich darf mich nicht mal drehen, wenn ich den Hebel umlege. Und das habe ich schon wieder vergeigt. Es muss nämlich das sein. Was anderes finde ich nicht. Doch, meine eigene Kompetenz. Was ist das? 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 sein kann und ich habe auch langsam keine lust mehr hier ist nicht also dem knopf die ich gerade gedrückt habt ihr aber nichts macht der knopf macht auch nichts mehr federfall ist deaktiviert der hebel bringt auch nichts der hebel bringt nichts da überlegen wir mal in ruhe war ich an dem knopf eigentlich schon mal nein so komme ich da nicht hin ja an dem knopf war ich definitiv schon mal es sind also doch trigger das bin ich mir nämlich sicher weil sonst würde das nicht so lange dauern teleport controls aber die bleiben halt nicht dauerhaft aus es gibt halt wieder irgendwelche gescripteten sachen die da ein bisschen probleme machen so 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 so